Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei FIFA 410 mit dem Pro-Club und heute mal mit einer fast kompletten Mannschaft, wir haben es dann doch mal geschafft die ein oder anderen hier mit rein zu kriegen Julian ist dabei, der Florian, der jetzt gerade wieder rausgegangen ist, gehen auf deine Pussy Dann haben wir hier den dabei, den Kevin heute neu, den Karan, den Naiko, den Fralo, den Lukas, den Luke und den Tallinn Und ja, damit verbunden ist auch eine komplette Umstellung des Systems Ja, eigentlich so, Julian ist auf seiner Position, die er zuletzt hatte, kannst schon mal join Dann haben wir dabei, Florian auch auf linkes Offensives, der neue Kevin spielt zentral offensiv, Karan spielt rechts offensiv Naiko ist links defensiv, Fralo rechts defensiv Der Lukas, also der neue ist auf links und der Luke auf Innenverteidiger Nochmals, du kannst schon loslegen, Fralo Ich glaube, du weißt nicht, dass du Kapitän bist Ja, das wusste ich auch, das wusste ich auch Ähm, ja Tallinn bleibt auf Innenverteidiger und ich spiele heute mal Rechtsverteidiger Das wird nicht klappen, aber gut Man kann es ja mal probieren Ja, das mit der Positionstreue, das ist so eine Sache bei mir Schwierig, schwierig Und der Stürmerplatz ist zur Not auch noch frei, falls irgendjemand die Torwartposition oder so nicht mag Kann auch von mir auch Stürmer sein, dann gehe ich eben wieder auf die Torwartposition Ein sehr, sehr nett von Julian Bitte nicht, bitte nicht Ja, nee, doch, äh, da müssen wir halt schauen, ob noch jemand Lust hat, einen Torwart zu spielen Ein Torwart wäre mir da eigentlich so ein bisschen lieber Denn der Julian, der hampelt ja doch mal ganz gerne im Tor rum hinten Und kommt nicht so wirklich seinen Pflichten nach, oftmals Ich habe auch schon sonst wie viel da rausgeholt, ne? Also, wenn ich überlege, bald ins Tor zu gehen Oh mein Gott, nee Alles klar Nein, Karate Sag mal, die Struktur sollte schon so bleiben Ich wäre echt glücklich, wenn wir die Lizenz für die nächste Saison nicht kriegen würden Die Lizenz fängt sich schon an wie bei RB Leipzig oder was? Die haben die Lizenz jetzt übrigens bekommen Die haben wir ja jetzt bekommen Ja, weil, äh, was sind denn das auch für Auflagen? Ja, äh Ich meine dann, ey, da musst du Bayer Leverkusen auch die Lizenz entziehen Ganz ehrlich Ja, das stimmt schon Ja, das geht mir auch um die Prozente, äh, wie, äh, wie weit der Verein Die haben sich auch wieder, ja trotzdem, die haben sich auch wieder 75 Millionen bekommen Naja, aber das ist ganz normal im Fußball momentan Auch Hertha hat 60 Millionen gekriegt Das ist jetzt nicht so, ne? Außergewöhnlich Kann ich auch bei Bremen 60 Millionen kriegen oder so? Ja, wenn wir denn aber Bremen sponsern Dann Ado, irgendwer bitte Kannst das Geld auch verbrennen, äh Hat denselben Effekt So, und jetzt legen wir mal los Ich bin gespannt, ob heute auch alle drinbleiben Sieht wahrscheinlich wieder noch aus Ja, ne, ich bin noch ein Audible Es passiert irgendwie noch nichts bei mir Nee, bei mir auch noch nicht Die Suche ist ja schon da, das sieht man ja Und jetzt, wie jetzt noch weiter So, jetzt bin ich mal gespannt Jetzt müsste ja oben eigentlich eine 10 stehen Wenn das wirklich abhängig von unserer Dings ist, ja Welche Nummer hast du? Okay Ich dachte, du hast die Nummer 19 Ne, sieben Gegner haben wir So, und dann bin ich gespannt Dann go Oh, ich bin braun Meine Position hier zu halten wird auch schwierig Ich genauso Ja, aber ich bin ja eh vor dir, Schuto, keine Sorge Da kommt sowieso nix durch, ne? Ja, das ist übrigens der Tallinn Für alle, die mich nicht kennen Wer seine nützündliche Stimme nicht erkannt hat Er hat sich neue Stimmbänder aufgezogen Ja Im Gitarrenladen Die alten waren schon ein bisschen abgegutzt Den habe ich Komm, nimm ihn, nimm ihn, du Torwart, Mann Ja, ich hab ja gesehen, dass er den kriegt Den hat er Ja, na, der Torwart kann ihn doch wohl nehmen Ja, komm, wie wäre das Ding Was ist der denn für einen? Oh, ich hab so lange nicht mehr FIFA gespielt Ohm ist frei, ohm ist frei Oh, der war gut Oh, jetzt komm, die Kombi Rosberg heißt ja auch Florian Oh, faul, faul Elfmeter, oder? Eigentlich war es ein Foul Das war bestimmt der Schiri von gestern Aus dem Pokalspiel Florian, Maiko So, ich muss jetzt bitte auch gerne mal flanken Was ich sagen kann, ist, dass ihr euch immer ein bisschen aufteilen müsst Ein bisschen gucken, was für die anderen aufsteht Ja, ihr steht alle im Strafraum, gerade Da gibt's den Augenbau Der Lukas ist ein bisschen stark offensiv, würde ich sagen, ne? Ist doch in Ordnung Geht mich an Ich hab nichts gedrückt, ich schwöre So lange wir im Angriff sind, kann er da auf jeden Fall sein Aber Er muss dann halt bloß auch schnell wieder da sein Also ich bin da natürlich momentan auch noch nicht so firm auf der Position Oh, komm unten Oben, oben, oben Wer macht das denn? Oh, hallo Was ist denn los mit dir? Halli Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Jetzt komm, lauf uns lang Danke, Julia, dass du mir das nochmal sagst Ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll Ich war total verwirrt In der Situation Danke, Julia Du bist so nervös, warst du wahrscheinlich Naja, wir haben die Hände gezittert Und Rostberg, weil lass mir mal bitte die Mitte beiflanken So Lauf mit Schnell, schnell, schnell Hab, hab, hab Hey, ihr spielt ja was Hier abgezogen Jetzt muss ich wieder nach hinten kommen Bleib du mal auf der Seite Ich geh nach hinten wieder Ich versuch mal ein bisschen defensiv zu spielen Dadurch, dass wir eh genug Offensivkräfte haben Den nehm ich Ah ja Ja, bei uns kommt gar nix an, Talin Ja, das ist schon Die bringen nur die Flanken auf außen Ich bekomme die Flanken immer zu weit Jetzt beruhig dich mal Wo und unten, Mitte, Mitte, Mitte Oh Komm, hast du Ja, hab ich Und unten Oben ist frei Oben Wollt auch mal ein bisschen Spielanteile haben Oh, der war schön, aber abseits Ach, schade Wann klappt das bei uns so gut? Seit ich hingestellt Die haben keine Bots mehr Außer den Torwart Aber der konnte noch nichts Defensiv ist es echt Ne andere Sache Wenn da glaube ich mehrere stehen Die auch mal ein bisschen gucken können Nicht so wie bei den KI-Spielern Oh, das gibt glaube ich Gelb im Nachhinein Der ist im Abseits Kurzes Gespräch reicht auch Ein gutes Gespräch Kaum zu ersetzen Ja, da gibt's die Gelbe, sag ich ja Ja, Manno Geile Helga Geile Helga Das muss an der Frisur liegen So, dann kommt mal ran hier Wer ist denn das eigentlich? Die mal weiter rüber Das ist der, du hast Du musst dich direkt kennenlernen, ne? Lukas Lukas, ah ja Das ist der neue Lukas So Julian, jetzt hast du mal eine Chance Nochmal Ah, hätt's noch einen Schritt gehen müssen Äh, Luke, komm nicht da hinten Eigentlich wollte ich nicht zurückziehen Sondern die nur in so lange Ecke ziehen Ja, warte, sorry Ich hab ihn recht Hier, um Ich bin wieder da Oben Oben ist total frei, Leute Oh, kann ich hier ne Halbzeitpause mal auf Klo gehen? Alter Äh, sicher Ne, ne, lass mal Oben ist frei Oben ist, oben ist komplett frei Mach den Knoten Hab ich noch Nein, mach den Knoten Meine, meine, meine Zweieinhalb Stunden will er den Ball da oben haben Dann kommt er einmal hin Äh, Florian, wieso bist du Florian Ey, Florian, wieso bist du überhaupt auf der linken Seite? Weil er da spielen soll Ja, der, der, der war auch schlecht gespielt, ey Ich hab mich ein bisschen gewundert Der hätte eigentlich genauer kommen müssen Komm, kriegst du noch nicht Ah, das ist zu lang Ah, das ist zu lang Ah, das ist zu lang Ja, im Pool hin, passt schon So, ich würd mal sagen, machen wir ein Tor Ja, ich auch dafür Ist ein guter Vorschlag In so'n Fußballspiel So, jetzt Und überraschend Paul So, das gibt ein Einwurf Ich hab mich an dem Köcher Oder wie sieht das aus Als Rechtsverteidiger Schwierig, wa? Ja, macht man mehr Flanken Aber man kann auch Tore schießen Also, das geht auch Schick, 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 schick Können wir gerne die Die Ecken geben Schuto verwandelt heute eine Ecke direkt Sicher Bin ich mal mit vorgelaufen Und dann ist der Ball gleich durch Das war doch klar Abseits Das war abseits Also, ich bleib demnächst hinten Na, das war wirklich das erste Mal, dass ich mit nach vorne gehe Und dann ist das komplett hier wieder offen Ja, sei es mal Ja, kommt lang Vorher war ich nicht vorne Du kannst mich hier Oben ist frei Aber wenn du vorgehen willst, dann sag mir Bescheid Dass ich dann leicht nach hinten komme Außen Genau, schön Moment, Moment, Moment Sicher nach hinten ab, aber Jetzt Wieso kommen die immer auf Nelken Mann, Julian Weil ich nicht alleine spiele Die Flankenhilfe falsch eingestellt Ja, nur trotzdem Die kommen immer zu weit Immer Ja, die kommen zu weit Da kommen Nelken Du kannst gute Flanken Das schaffst du Die muss auf Semi stehen Das ist aber keiner So, jetzt Da ist er drin Im ersten Spiel hier Zieht die geile Helga mal ab Ich liebe das Mädchen Oh, dann gleich erst mal hier ein geiler Tag Ich liebe das Mädchen Gleich mal das 1 zu 0 Und auch verdient Heute spielen wir mal rundum Heute spielen wir konzentriert und gut Ja, so sieht das mal aus, wenn die ganze Mannschaft da ist Übrigens, das Motto dieser Folge ist Mein Comeback natürlich Dein zweites Comeback Das werden wir irgendwann nochmal erwähnen Ja, ja Oh je, oh je, oh je Das war ein Ballfluss, Charlo Nichts, nichts Weg, weg, weg Einfach weghauen Einfach weghauen Ja gut Gut gemacht Starker Pass in den freien Raum Ja, Hamburg-Style Ey, komm, jetzt sei still Wir gratulieren Julia natürlich zur grandiosen Leistung Ja, alle, die da sehen Und alle, die da sehen als H4-Fans sind Ähm, ich schreibe Oh nein, vor jetzt Schreibt mir die private Nachricht Und ich schreibe euch die Adresse von Tallinn auf Dann könnt ihr ihnen eure Meinung dazu sagen Dass er Ach, schade Du hast auch meine Adresse gar nicht Da seid ihr mal sicher Da seid ihr mal sicher Ja, das ist aber Tallinn, nördlicher Halbkugel kommt an Vor allem schreibt den Namen Tallinn rauf Und der landet irgendwo in Nordeuropa Ganz Nordeuropa Oh, der wird schwierig Der ist aber sehr schnell unterwegs Weg damit, weg Einfach schießen Schießen weg Ja, ich hab auf Schießen gedrückt So, schieß man den weg So, und jetzt bitte Gleich wieder nach vorne Aufrücken So, schön gemacht Auf geht's Weiter Ja, nochmal Ne, der war am Abseits schon Die Jungs, ihr seid beide am Abseits Ja Du musst dir mal ein bisschen aufpassen Da auf der linken Seite Okay, ich renne mal schnell auf Toilette Gib mir 30 Sekunden Na, okay, dann mach 22 Ich lass nochmal die Dings hier durchlaufen Das Tor Ja, wir haben noch 40 40 Sekunden Ja, wir haben drei Schüsse aufs Tor gebracht Und ein Tor Das ist eine ganz gute Quote Schussgenauigkeit bei 100% hier Von beiden Passgenauigkeit 80% bei uns ist stark Gewesen auf jeden Fall Bei Besitz 55% Ja, das ist jetzt Wollen wir mal sehen Aber ich warte hier noch ab bis zum Ende Zwei Abseits, Leute Zwei Abseits Was sind zwei zu viel? Und drei zu wenig Und eine gelbe Karte Das ist eine zu viel Und eine zu wenig So, na denn Spielt erstmal den Luke nicht an Ich weiß nicht, ob der gerade schon da ist Ich hab's geschafft Okay Das waren aber keine 30 Sekunden Das war dann 30 Sekunden So, jetzt auf Skiespiel Auf das Spiel konzentrieren Auf das Spiel jetzt Julian, Ruhe Oben Nochmal hoch Jetzt fangen sie schon an zu drehen Ach, schade Ja, sorry Ihr war komisch gespielt Ich deck den ganz rechts hier Au, die laufen weg Schwierig, den zu decken Kannst du nochmal zurückpassen? Äh, ich kann nicht Man, jetzt bin ich schon wieder so wütend Ich glaub, mein Bett kracht ein Was? Was war das? Wo sollte der denn hin? Der nach unten zu Dings Zu ihm hier, ja Zu dem, der jetzt am Ball war Geiler Helga Ja, oh, den hast du Komm, lauf, 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 lauf Ah, schade Vorwärts steht schon draußen Die haben auch keinen richtigen Aber war mal eine Idee Luke, wir haben gerade die Seiten getauscht Ja, naja, wir sind doch flexibel Ja, aber dann auch so spielen Wie eine Katze Ja, ne, ich gehe wieder rüber Ich gehe wieder rüber So Hallo Mensch, du sollst passen Warum spielst du mehr so lange? Du bist defensiver Mittelfeldspieler Da ist Mitte, alles frei Da kannst du passen Abseits Aber die Abwehr steht relativ sicher von uns, ne? Ja, schuld, du hast ja fast das Abseits auf Nee, ich guck da drauf Ich guck doch da drauf Oh, schön aussteigen lassen Ich muss ja mit dem mitlaufen Wenn er nämlich nicht im Abseits ist, dann ist es vorbei Y Y auf mich Schick So, jetzt schön Oder lauf uns Flanke Jetzt die Flanke Echt? Oh, frei So was frei ist Und der geht rein Nein, der geht nicht rein Verdammt Und der geht rein Oh nein, der geht nicht rein Verdammt Ah, nee, doch nicht Nee, nee Sorry, sorry, sorry Ja, die anderen, die laufen die ganze Zeit im Abseits Also ihr beide da vorne, Julian und Florian Bitte auf euer Stellungsspiel achten Ihr steht die ganze Zeit im Abseits Passt, eben stand ich doch nicht im Abseits Ihr steht die ganze Zeit im Abseits Egal, ist egal, Schuto So, hier, komm Ganz ruhig Ich weiß, dass du zwischenfühlen Boah, da kommt der Karam wieder Was? Was war das eben für ein Spruch? Jetzt spielt uns So, jetzt komm Oh, schalten Oh Nochmal, komm rein Ja, schade Komm, komm Ah, schade Unten Fralo, Fralo Fralo Fralo, von bald Sag mal, Fralo, ey Bist du heute hier auf Ego-Trip wieder oder was? Wir stehen zu sechs Leute Sechs Leute stehen da vorne, oder? Du spielst zu mir zurück Aber du spielst gar nicht ab Solche Lags Nee, das war echt grottig, also Ich hab doch gesagt, keiner darf meine Mein Fralo, du Du entwickelst dich langsam zu Okay Kommt wieder weit Ja, aber dich mal etwas weiter Geil Puh, wie hab ich umhaut, ey Oben, Fralo? Ramm mich doch gleich im Boden ein, ey Ah, schade Ja, Abseits Nichts, aber auch gar nichts Alter Schwede, wie weit wir noch Also, Tallinn, ich würde sagen, wir können zur Dauerlösung werden, wir beide, was? Ja, das funktioniert bis jetzt nicht Ihr seid die ganze Zeit aus einer Linie Die Abseitsfalle funktioniert gut bei uns Puh, also Fralo, pass doch einmal bitte jetzt ab Das geht doch nicht Wir stehen zu zweit da frei Kannst du mal durchgeben Und Sehr gut So, jetzt So, jetzt Komm, der stark Aua Er war zu stark Ja, da wollte er zu viel Nee, er war zu stark Er nochmal einen Job machen müssen Bist du zu schwach Bist er zu stark Fischermans, so, komm her Schön Hätt's doch nochmal weitergeben können, aber war auch War auch eine Variante Ja, super Das war nicht meine Den hat er gar nicht als Den hat er nicht als Fokus gehabt Ja, Schuto, nicht rausreden Jeder macht Fehler Du hast aber nicht zu mir gepasst Also, den hast du vorbeigepasst Jeder macht Fehler Ausfehlern War aber nicht meiner Julian Halt's mal, du bist ein bisschen arrogant heute Nein, du, wenn man sowas nicht sagt Dann diskutiert ihr ja noch tausend Stunden über ein Thema Sagt der, der die ganze Zeit immer diskutiert So, aber jetzt bitte mal ein bisschen gediehener hier Will auch nicht immer so einen aggressiven Tenor hier drüber machen Boah, schön, jetzt kommt sie ab So, jetzt kommt sie ab Links Oh, schade Lassen wir mal die Die rechte Ecke Also die mit dem rechten Fuß Genau die, die will ich haben Geht doch mal weg Wer ist hellblau Lass doch den Tallinn da mal stehen, Julian Ja, schade Und Boah Schade, Jan Inzwischen hätten wir schon langsam das 2-0 verdient Ja, ich will das Spiel Das auf jeden Fall Aber wir wollen hier auf jeden Fall Ja, aber solange wir defensiv Das Ding halten hinten Das ist das Wichtigere Oh, was war denn das? Boah, sie auch nicht Ja, wieder nach oben verlängert Weg, oben, oben, weg jetzt Schuto Spiel hoch, hoch Und Fralo, du fang an zu passen Genau So, jetzt komm hier, schnell durch Nee, der war richtig gut Jawohl Komm, auf links Da ist er drin Schön gemacht, die geile Helga Hier zieht heute mal richtig schön auf Doppelpack, wa? Das war ja mal Das ist ein Start, den wir mal lang nicht gehabt Erste Spiel, zwei Tore In so einem schönen Spiel Das ist ja richtig ansehentlicher Fußball Oh ja Der ging also noch nicht so gut Das fetzt auf jeden Fall Und das nach dem Fehler auch eben Den ich da gemacht hab Ja, ich hab schon Ich bin ja extra schon nach hinten gegangen Talin, hinter dich Weil ich dachte Der könnte vielleicht durchrutschen Ja Ja, souverän Oben Oben läuft Karra mit Genau Stark Ja, Florian, die kriegst du noch Gib mir nochmal ne Flanke rein Erstmal drehen Ah, schade Ja, der hat dich abgedrängt Na gut Noch ist nicht aller Tage Abend Aber bisher sieht's gut aus Na, wir haben schon 82. Minute Also so Ja, haben wir auch schon vergeben So, aber jetzt will ich skillen Ja, aber wir haben heute die neue Traum-Innen-Verteidigung So, jetzt hier schön Ja Da muss der Pass früher kommen Ja Das wird eh Ja, dann kommt sowas bei raus Gut Dann lieber den Pass nach innen Keine Sorge, Schuhe, ich bin hinten Also wenn es so weiter geht, dann sollte man überlegen, ob die geile Helga mal an Sturm geht Weil die macht das wirklich gut Nein, passt gut so Doch, alles gut Dann wär die Frage, wo du hin sollst, Julian Dann spielen wir gleich nochmal Ja, lass dir beide Ja, Grembleski macht gerade mal einen Offensivausflug hier Nee, ich bin nochmal Das ist der Sokratis Ich bin da Ja Das macht der Hummels aber auch Ja, ja, Sokratis und Hummels Aber Sokratis war jetzt gegen Bayern richtig toll Hier ist denn nochmal dieser Innenverteidiger, der erst bei Leverkusen und später bei Bayern gespielt hat Der auch, der Brasilianer da Ich hab mich verlernt Lucio Lucio Lucio, genau Der ist doch Der hat halt der andere Mal Hat der Fünf Spieler Ist der in der Innenverteidigung gestartet Hat fünf Spieler ausgespielt Und dann Ein Tor gemacht Der hat ja jetzt noch bei Inter Oh Ach Gott Ist dann wieder nicht Tor los Ist ja immer der selbe Ja, ich hab da aber auch gemerkt Ich wollte ja eigentlich mit rüber, weil da Die Leute stehen, aber ich hab da die ganze Zeit gesappelt Tallinn, das war aber deiner, ne? Ja, das war vorher halt Diese zwei Sachen da Zweimal hat's nicht gepasst Allein der einen Ich bin da rüber gelaufen Hab dann irgendwie Geredet, geredet, geredet Und äh Hier, komm Hab mich geredet Das hast du schön, Tallinn Das kann man dir Lassen Abseits, Junge Ich war nicht mal Ich hab fünften vorher gesagt Achso, sorry Jetzt hast du deine Chance Mach'n Ey Na ja, sieh ich ja Hier kurz Hey, lass mich mal machen Der Shooter will ihn doch Ja, deswegen Der ist drin Der ist nicht drin Definitiv nicht Kremblewski, Mensch Ja, ich hab's versucht Muss nicht mit den Ohren Mit dem Kopf So, jetzt pfeift er ab Drei Zwei Ne, wenn wir erst hier raus sind Aus der Hüfte Okay, bleibt mir Komm hier, pass runter Pass runter Pass runter Und jetzt pfeift er ab Ja Jawohl Gut, wir haben's auf jeden Fall gewonnen Das ist das Wichtige Auch das Gegend war aber nicht unbedingt nötig Am Ende Da haben wir ein bisschen zu viel gesappelt Dann Aber ansonsten Ich würde sagen Gerne öfter, oder? Ja Ja, das werden wir auch im nächsten Spiel So beibehalten Auf jeden Fall ein gutes Erstes Spiel hier von Kevin Muss man ganz klar sagen Hier gleich zwei Tore gemacht Und damit auch der Spieler des Spiels wahrscheinlich Mit einer 6,8 Ist das jetzt deren Ernst? Warum haben wir insgesamt hier Der Beste hier nur mit einer 6,8 Das ist doch irgendwie Quatsch Na gut Ich hab auch gerade mal eine 5,4 gehabt Generell die Leistung hier Nicht allzu toll Aber Wir gucken ja nochmal ganz schnell durch Die Leistung, wie immer Da Trotzdem habe ich noch relativ viele Ballkontakte gehabt Wir müssen doch mal rausgehen Ach nee, doch nicht Würde ich sagen Gucken wir uns nochmal an Wie viele Punkte wir jetzt haben Ich glaube Der Klassenerhalt ist schon so gut wie sicher Ja, ein Punkt wird uns noch Ein Punkt Spiel Gucken wir uns nochmal schnell an Ja, aber wir wollen ja auch mal den Aufstieg Wieder in Angriff nehmen Jetzt vor allem mit den neuen Ja, das wäre mal schön Und dann würde ich sagen Sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Euer Schüttel Schüttel Vielen Dank.